Guten Morgen, es ist Blumenmann Zeit und heute habe ich da einiges an Werkzeug bereit, weil wir wollen drei, ja genau, drei Ideen für den Frühling auf einem Rindernstück machen. Und ich hoffe ganz fest, dass ich sicherlich eines oder vielleicht zwei, genau drei Ideen für dich bereit habe, dass du kurz, kurz, nackig beim Blumenmann vorbeischauen kannst und einfach dich inspirieren lassen kannst. Ich hoffe einfach, ihr seid mit dabei, ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß und ich hoffe einfach, ich kann euch ein, zwei, drei Ideen kredenzen. Wir haben drei Stücke von Rinden. Wir machen eine Deko-Idee für draussen und eine Deko-Idee für drinnen oder draussen und eine Deko-Idee für drinnen, sicher. Also diese Idee, die ich da gleich zum Anfang mache, ist eine Viola Cornuta Pflanze im Moos auf einer Rinde. Wichtig ist, wenn wir so eine Viola Cornuta Pflanze haben, die darfst du nur draussen einpflanzen oder nur draussen aufstellen. Das ist zum Beispiel eine Tisch-Deko-Idee für den Gartentisch vor dem Haus oder für auf den, auf die Treppe vor dem Haus für den Frühling. Wenn du sagst, ja, ich bin schon voll im Frühlingsmodus, dann schreib doch einfach schnell Frühling in die Kommentare rein. Ich habe da das Drahtnest vorbereitet. Dieses Drahtnest kacke ich da mit dem Baustellenkacke mal an und kann jetzt so meine kleine Viola Pflanze hier schön rein arbeiten. Zudem, dass wir da nicht einfach nur das nackige Drahtgerüst haben, habe ich da von der ganz weichen Birke und kann diese Birke nun hier ringsum machen. Du kannst natürlich ein etwas grösseres Rindenstück nehmen und dieses grössere Rindenstück dann, ich sag mal, noch üppiger dekorieren mit Eiern, mit anderen Pflanzen, mit vier oder fünf verschiedenen Pflanzen. Das kannst du dann je nachdem variieren. Guten Morgen, guten Morgen für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben. Franz, Sabine, Robin, schön, dass ihr alle mit dabei seid hier beim Blumenmann. Ich hoffe, ich kann euch liebevolle Good Vibes aussenden. Ich hoffe, ich kann euch ablenken von all dem, was gerade läuft und ich hoffe einfach, ich kann euch Inspiration geben. Wenn es euch Spaß macht, dass ich da mache, dann teilt doch dieses Video schnell in die ganze Welt hinaus, damit die Frühlingsideen auch bei dir zu Hause ankommen. Renate, guten Morgen und auch auf Insta seid ihr natürlich immer live mit dabei. Und schon bald gibt es den Blumenmann auch auf TikTok immer am Morgen live. Also alle, die den Blumenmann auf TikTok verfolgen wollen, da gibt es jetzt dann auch bald die Livestreams. Frisch, fröhlich, blumig am Morgen mit dem Blumenmann. Ja, bist du das erste Mal heute live mit dabei, weil du das Gefühl hattest, bis jetzt hatte ich noch nie Zeit oder bis jetzt war ich einfach nie bereit, am Morgen schon hier reinzuschauen, dann schreib einfach ein, ich bin das erste Mal live mit dabei. Es gibt kein Geschenk, es gibt eine kleine Überraschung und ja, ich hoffe einfach, die Leute, die das erste Mal da sind, die können sich so richtig kuschelig wohl fühlen. So, also wir haben da die Nummer 1 schon fast fertig. Wenn du das Gefühl hast, ja, hier fehlt noch irgendwas, dann schreib doch rein F, wie es fehlt noch was. Und wenn da ganz viele reinschreiben, es fehlt noch was, dann können wir auch noch irgendwas kleines hier reinlegen. Du fragst dich sicher schon, warum hat dieser Blumenmann eine Bohrmaschine bereit? Ja, ich sag das dann gleich, bei der übernächsten Kreation, bei der Nummer 3, wird dann die Bohrmaschine auch in Einsatz kommen. Jemand schreibt, weiße Fäden, die Bettina, die Brigitte schreibt ein F, es fehlt noch was und natürlich fehlen noch die Frühlingsfäden. Nicht von den Tauben, die sollen an einem anderen Ort deponiert sein, die Friedenstauben, sondern die Taube lassen wir sein. Sondern wir nehmen da die wunderschönen Perlhuhnfäden. Wenn wir jetzt da mit den weißen Federn in die Kreation reingehen würden, hätten wir zwei Probleme. Erstens mal würde es eine Diskrepanz geben zwischen dem natürlichen Holz und zwischen der, wie soll ich sagen, weißen, gradlinigen Farbe. Darum ist es ganz wichtig, dass wir da eine, wie soll ich sagen, Abstufung der Farben machen. Und das können wir prima mit der Perlhuhnfäder machen. Damit nicht die nächsten Tauben oder die nächsten Vögel oder den nächsten Windstoß diese schöne Kreation zerstört, nehmen wir da wie immer den Sprühkleber und fixieren das Ganze schön. Jetzt sehen wir da unten, hat es da noch so große Lücken. Das ist ganz wichtig, das sieht es immer schön aus. Wie soll ich sagen, füllen und dann können wir da einfach noch schnell zwei, drei Federn dran machen. So, das ist die Nummer eins. Wenn du sagst, wow, die Nummer eins, die gefällt mir, dann drück einen Daumen nach oben für diese Kreation. Und wenn du sagst, nein, das hat mich noch nicht überzeugt, lieber Blumenmann, dann hoffe ich, die Nummer zwei wird dir gefallen. Das ist eine Kishteko-Idee in einer Rinde, in einer großen Rinde. Und da ist mir wichtig zu sagen, hey, man muss nicht die ganze Rinde füllen, sondern man kann da immer problemlos auch nur einen Akzentschmuck machen. Das heißt, es braucht nicht die ganze Füllung von der Rinde, sondern da kannst du problemlos auch nur ein kleines Stück füllen. Ich habe da Heißkleber genommen, das kannst du auf einem Rindenstück problemlos machen. Das geht nicht so praktisch, zum Beispiel auf einem Agavenblatt oder auf einem Kalanikoheblatt, wo dann das Ganze auseinanderfallen würde, wenn wir da mit Heißkleber kommen. Die Rinde, die ist ja trocken, die mag es problemlos ertragen, wenn wir da mit Heißkleber arbeiten. Auch, es ist natürlich auch so, dass wenn du mit Heißkleber arbeitest, dass du dann nicht mit dem Draht über die ganze Kreation kommen musst. Und das ist jetzt auch der Vorteil von dieser Kreation. Also hier ist es problemlos, dann sieht es auch schon aus, kann man wirklich auch die Kreation schön reinarbeiten und muss nicht da irgendwie in die Höhe arbeiten. Ich hoffe, ihr könnt es alle gut sehen, ich hoffe, ihr könnt mich alle gut verstehen. Sorry to everybody in the house, they are speaking English. I hope you can look my work and I hope you can enjoy it. So when you can enjoy and when you speak English, so press English in my live stream, so I can see when I must speak very well English. Very more English, so I can see. So, also, wie du schon sehen kannst, machen wir diese Kreation in Rot. Rot ist die Farbe der Liebe, Rot ist die Farbe der, nicht Hoffnung, Hoffnung wäre grün, Liebe und einfach auch immer angesagt und angebracht und da wollen wir einfach eine ganz schöne Frühlings-Osterdeko machen. Du kannst in dieser Kreation machen, was du hast, was dein Fundus hergibt, was gerade, so wie soll ich sagen, angesagt ist in deinem Deko im Keller, aber ich habe gedacht, ich nehme da mal gefärbte Materialien, ich nehme da mal ein paar Narzissenzwiebeln und mit all diesem Material kann ich diese schöne Rinde dekorieren. Wenn du sagst, genau das ist meins, die gefällt mir unglaublich gut, ich liebe diese Rinde, dann kannst du mir nach dem Live-Stream auch eine Perl machen, die erste Person, die sagt, genau diese Rinde gehört mir, ja, da kann ich die noch verkaufen. Aber die kann man auch problemlos verschicken, ausschließlich in der Schweiz. Momentan habe ich nur Komödie, wenn ich nach Deutschland verschicke, es kommt nicht an, es dauert ewig und das schränkt mir. Also da muss ich mir sagen, okay, nein, solche Sachen, das verschicken wir aktuell nur in der Schweiz. Also wenn du sagst, hey, genau sowas habe ich mir schon lange kaufen wollen, dann darfst du mir gerne schreiben und dann können wir sicherlich eine Lösung finden, dass diese Kreation in der Schweiz versendet wird. Die stabilisierten Rosen, vielleicht hast du gedacht, ja, die haben ja keinen Stil. Stabilisierte Rosen haben oftmals keinen Stil. Mit Stil kosten sie sehr viel Geld, darum nehme ich immer eigentlich die Stile, die Rosen ohne Stil. Für solche Kreationen, die kann man dann problemlos schnell mit einem Glas länger den Stil lang machen und so ist es dann auch problemlos, so etwas zu kreieren. Was du alles in deine Rinde einarbeitest, einlegst, ja, das ist dir wirklich freigestellt. Du kannst mir einfach mal schreiben, ob dir das, was ich jetzt hier eingearbeitet habe, auch gefällt, der gefällt, der Russkuss, das Herz, dann haben wir Asparagus gefällt, ich habe da Narzissenzwiebeln, ich habe die stabilisierten Rosen, Birke habe ich, dann habe ich da Kokosfaser eingearbeitet, eine schöne, große Schnecke und ja, was noch fehlt, ist Oliven. Oliven finde ich was mega Schönes, die habe ich da immer auch im Angebot für frische Kreationen, aber man kann die natürlich auch schön eindrücken lassen. Dadurch, dass ich das Ganze schön mit Steckmasse unterarbeitet habe, eigentlich kann ich jetzt da die Lücken, die wir da noch haben, mit der schönen Oliven ausdekolieren. und so haben wir auch da eine ganz spannende Kreation erarbeitet. Es ist an dir, mir zu sagen, ob dir diese Kreation gefällt oder ob du sagst, nein, ist nicht so meins, wegen der Farbe oder wegen was auch immer. Schreib mir schnell in die Kommentare rein, eine Bewertung zwischen 1 und 10 für diese Kreation. So, jetzt könnt ihr es auch besser sehen, natürlich, wenn ich arbeite, ist es auch immer ganz schwierig, dass ich da alles schön im Bild habe, aber die Esther schafft mal einen guten Morgen, guten Morgen auch von mir. So, ihr schreibt mir schnell in die Kommentare rein, eine 1 bis 10, 10 ist top, 1 ist flop für diese wunderschöne Kreation. Und wenn du sagst, ja genau, diese Kreation möchte ich, dann schreibst du mir eine WhatsApp am einfachsten, die Nummer findest du auf meiner Website und dann, die erste ist die geschwindeste Person und dann kommt die zu dir. Natürlich, liebe Susanne oder Bianca, nur gegen Bezahlung, nichts gibt es kostenlos, auch beim Blumenmann nicht. Einfach das, was ihr hier sehen dürft, das gibt es kostenlos. Also, wir gehen zur nächsten Kreation. Wir schnappen uns da den Bohrer. Wir wollen eine Ohrschedeckung machen, hängend und zwar auf dieser Rinde. Mit einem Nagel kannst du dieses Teil dann an die Wand hängen, innen oder außen geht beides und ich hoffe, es entspricht dich und es gefällt dir, was ich da mache. Genau. Wir machen mal die Aufbauarbeit. Ich darf gerade schnell aufpassen, dass ich da nichts störe. Während der Aufbauarbeit ist es natürlich immer wichtig, dass man alles schon ein wenig vorbereitet hat und bereitgelegt hat. Ich habe da zwei Schrauben. Manchmal habe ich schon ein wenig ein Chaos auf meinem Tisch. Das ist auch ein bisschen gestehen. Geht das? Nein, geht nicht. andere seite krasse haumwerke das wird nie geben aus dem blumen aber ich gebe mir mühe dass ich in meinen jahren wie ich da immer wieder euch den zeit geht auch mich habe ich jetzt zu hause gelacht weil ich da nicht ganz zu schlage komme so haben wir da mal den aufbau das loch und den aufbau für das nest jetzt müssen wir irgendwie ein nest von können und das ganz einfach und schnell und dazu nehme ich einmal mein draht wieder mit dem draht kann ich einfach mal auf die schöne basis machen wir brauchen dazu auch nicht viel bürger sondern wird gekostet ja auch was wenn wir die kaufen würden und die robin hat gelacht nicht mehr von euch nein ich gehe nicht weinen wegen sowas aber ich finde nicht so lustig wenn ihr mich auslacht weil alle die zu hause lachen die könnten es vielleicht wenn ich da das live machen wird ja auch nicht besser aber egal hauptsache ihr amüsiert euch ihr habt wieder einmal was zu lachen zu schmunzeln in dieser traurigen welt die nicht wirklich zum lachen ist alle die erst jetzt gerade eingeschaltet haben ein herzliches guten morgen zu euch allen wenn es euch spaß gemacht hat bis jetzt dann bitte teilt doch dieses video bitte macht man ein gefällt mir und bitte schreibt mal ich bin noch hier in die kommentare so dass ich sehe nein ich bin nicht alleine genau wir haben heute drei rindenkreationen ob zwei habe ich schon gemacht für alle die erst jetzt etwas später eingeschaltet haben man kann das ganze dann auch später im replay anschauen und alle die das video jetzt gleich schauen die schreiben mal ein live in die kommentare rein und alle die das video im replay anschauen die schreiben dann wenn sie es vielleicht erst um 10 uhr oder um 11 uhr oder um 12 uhr anschauen ein replay in die kommentare rein so dass sie sehen wie viele sind live wie viele sind im replay mit dabei so ich bin schon ein wenig der handwerke heute morgen das wichtigste ist aber am schluss dass es uns hält dieses nest osten vor der haustüre osten an der wand und ich sehe ganz viele live ist live ja das leben ist leicht und der blumen mann ist auch gleich manchmal hat man wirklich das gefühl wo leben wir da welche welt leben wir ja wir leben auch manchmal in der blumen mann welt so daniela ist auch mit dabei schönen guten morgen euch allen schön seid ihr mit dabei schaffen wir die 700 der grenze heute im live stream beim blumen mann mit dem frühlings deko ideen für lustikale mit rinde wenn du jetzt sagst ja das schaffen wir dann teilst du jetzt mal noch schnell eine runde und wenn du gesteilt hast schreibt einfach teilen und bei allen die ich es jetzt dann gleich ich sehe da sage ich auch ein herzliches dankeschön du siehst dank dem draht können wir da problemlos eine schöne nest von kreieren jetzt kannst du natürlich alles was die vögel die tauben und die spazen finden in das nest rein machen ich habe jetzt da russkus das findet man in der natur nicht das ist ein gefährtes gebleichtes material und somit siehst du auch welche farbe ich hier diese osterdeko brauchen werde hast du schon im kopf welche kreationsfarbe da für diese osterdeko kommen wird dann schreibst mir in die kommentare sein sonja danke brigitte tanke fürs teilen herzlichen gruß nach russia herzliche grüße gelinde danke für dein kompliment und ein herzliches auch an alle die einfach nie was reinschreiben die aber auch schon beim blumenmann den besuch abgestattet haben oder einfach immer wieder stillschweigend hier gegen wenn du das erste mal jetzt eben ein kommentar sein machen wird dann schreibt doch einfach genießen dann muss nicht irgend sonst etwas spezielles reinschreiben und dann sehe ich bis wahrscheinlich das erste mal hier live mit dabei und hast den mut was reinzuschreiben es frisst dich niemand es macht dich niemand kaputt und es ist einfach eine friedliche stimmung soll es hier beim blumenmann geben und darum bin ich auch immer gerne live weil ich weiß ihr seid einfach friedlich so du siehst ich hoffe du kannst es einigermaßen erraten wir sind da herzlich ein ganzes teilen liebe claudia und es wird nicht gelb es wird weiß weiß ist heiß für alle die weiß lieben die schreiben mal ein w h in die kommentare rein und spreche ich zu viel heute sinnloses ich weiß es nicht ich weiß es ehrlich gesagt ich habe einfach freude ich habe schon viel oftmals gesagt ich kann nicht still zu hause am tisch sitzen und nichts sagen das ist vielleicht ein soll ich sagen ein makel den ich habe und die maike ist wahrscheinlich das erste mal live mit dabei und ein herzliches guten morgen auch an alle die jetzt genießen rein schreiben und schreiben ich bin das erste mal live mit da sie wie guten morgen schön dass da bist ja peace in ukraine mich beschäftigt es ich kann es einfach nicht wahrhaben ich wünsche mir dass der frieden auf erde wieder kommt mich blockiert diese ganze geschichte ehrlich gesagt ich denke ganz viele von euch auch dass wir irgendwie momentan nicht klar denken können dass wir etwas blockiert sind mit der ganzen geschichte und darum ja einfach eine herzwelle für alle ist auch blockiert diese ganze geschichte drückt man alle ein herz für alle die einfach ich sag mal nicht mehr klar denken können mit der ganzen geschichte wenn du denkst ich habe kinder und von weiß nicht wie es weitergeht amelie guten morgen doris schönen guten morgen und die herzen die flitzen euch alle zu ja die herzen sind für euch alle da draußen die nicht mehr weiter wissen und sich immer wieder fragen was für eine kaputte welt haben wir da so viel braucht es gar nicht für diese frühlings osterdeckung wir nehmen da noch einen hauswurz machen wir auch noch sorgfältig ein immer einen langen draht drum dann können wir den draht wieder unten rein stoßen und so siehst du nun haben wir auf die schnelle eine schöne osterdeco kreiert wenn du jetzt sagst die ich bin erst gerade eingeführt und ich habe gar nicht alles gesehen dann schreibt doch schnell in die kommentare alles rein dann sehe ich okay ich muss wahrscheinlich euch nochmals die zwei anderen rinden deko frühlings deko ideen zeigen so dass alle auch wirklich up to date sind und sehen was ich alles heute morgen schon kreiert habe so können die leute die dann das ganze erst im replay anschauen aber die jetzt erst eingeschaltet sind das ganze nochmals im replay checken anschauen und genießen so ja das war ich der blumenmann ich hoffe es hat euch riesig großen spaß gemacht ich hoffe ihr schätzt es dass ich da jeden tag neu euch wieder zeige was es kommt du kannst auch haarlack nehmen das ist klebspray den bekommst du bei floristik 24 rabatt code blumenmann und dann hast du noch zehn prozent rabatt das ist die nummer drei das ist die nummer zwei und den anfang habe ich mit der nummer eins gemacht ja jetzt bist du dran schreibe die kommentare rein ob dir die drei die zwei oder die eins am besten gefällt und ob du sagst ja eines von diesen teilen möchte ich dann schreibst du mir ganz schnell eine whatsapp nachricht ich kann alle drei versenden aber nur in der schweiz und ja wenn es weg ist ist es weg ich kann noch nach basteln nach kreieren basteln darf ich gar nicht sagen ja und dann hoffe ich einfach es hat dir spaß gemacht drückt einen daumen nach oben für diesen live stream wenn du es jetzt gerade eingeschaltet hast und noch nicht den daumen nach oben für diese drei kreationen gegeben hast für mein live stream und dann wünsche ich euch einen wunderschönen tag bleibt gesund montag glücklich und froh der blumenmann kommt morgen wieder olé olé manchmal weiß ich nicht mehr was sagen aber egal ich hoffe einfach es hat euch spaß gemacht